So oft zu sehen, dass er gestern zwei in einem Match macht, das haben wir nicht oft erlebt in den letzten zwölf Jahren. Und er legt nach, bei beiden steht die neun. Okay, von Gerben hat hier bei den UK Open noch keinen neuen Dater gespielt. Und sie haben ihn einfach schon erlebt in den letzten Jahren. Der letzte ist vor drei Jahren gefallen, Chris Newton warf ihn damals. 141 Rest und von Gerben hat lange keinen neuen Dater vor TV-Kameras geworfen. Was macht er jetzt? Come on, Triple 20, Triple 19, Doppel 12, Triple 19, Doppel 12, Doppel 12, schnappt er! Und er schnappt er sich! Die verrückten Julio! Er hat sich nochmal den neuen Dater von der UK, er hat so häufig die Doppel 12 verpasst. Und jetzt hat er sie getroffen und es wird einen Bonus geben von 10.000 Pfund Preisgeld.